Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser Vorschlag für die gute Tat heute. Die ist einfach mal, mache jemandem ein kleines Geschenk, vielleicht auch eine Person, an die du sonst nicht so gedacht hättest. Sollte es ein Mensch sein, der schon einiges besitzt, also nicht gerade so Obdachloser, jemand der am Verhungern ist, dann schenke lieber ein schönes Erlebnis, als noch irgendwas, was rumsteht oder zwei Wochen seine Anziehungskraft verloren hat und dann quasi relativ schnell in den Müll wandern wird. Und wenn es ein Tier oder eine Pflanze ist, dann fütteren oder dünge entsprechend artgerecht. Weil eine Idee könnte zum Beispiel auch sein, jetzt in der Weihnachtszeit mal im Wald die wilden Tiere zu füttern und dann auf artgerechte Fütterung auch zu achten. Also ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und neue Jahr und ganz vielen Dank fürs Zuhören, Anschauen und vielleicht die eine oder andere Tat mitzumachen. Danke.